Hallo alle zusammen, hier ist Bastian Lee Jones und ich bin hier in der Mitte, in Berlin, auf dem ehemaligen Flugfeld Berlin-Tempelhof. Und es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen mit Sonne und da dachte ich mir, gehst du mal raus und machst mal etwas Sport, gehst du joggen, um hier so ein bisschen Winterspeck loszuwerden. Und ich werde jetzt gleich zwei Runden hier drehen und während ich das tue, werde ich ganz wundervolle Musik hören, unter anderem ist heute dran John Legend mit All of Me und Katy Perry, aber auch ein bisschen Lady Gaga. Nicht das neueste Album von ihr, aber die älteren Sachen. Und im Hintergrund hört ihr vielleicht einen Song, der heißt Grab My Life, das ist ein Song von mir. Der läuft schon regelmäßig auf den Radiostationen, nämlich loopradio.net und nknradio.com. Ihr könnt ja da vielleicht mal reinhören und vielleicht gefällt euch das und vielleicht habt ihr sogar eine zündende Videoidee für diesen Song. Ist ein sehr energetischer Song, es geht um Freundschaft, es geht um Sport machen. Vielleicht fällt euch da was ein und wenn dem so ist, dann schreibt mir doch bitte auf Facebook, nicht? Oder auf den anderen Social Media Websites, könnt ihr mich kontaktieren, da bin ich ja gelegentlich auch. Wie gesagt, ein wunderschöner Frühling, ich wünsche euch alles Beste, geht raus, macht Sport hier. Hier wird auch fleißig Sport schon gemacht, am frühen Morgen in Berlin. Alles Beste, Bastian, bis dann, ciao!